Ja moin und willkommen zu Let's Play Wubi mit Gernike Ghoul, Tredax und Nitz Dein Name ich ausfrisse Ja, sagt euch halt deinen Namen Nein, nein Booyah Ja, ist jetzt ihr Name Und ja, ich bin der Blickschatz Er ist klein Let's Play mit Wubi Er ist mit den ganzen Leuten hier Und wir spielen halt die Storge halt durch Ja, ich bin ganze Leute Und ich hab mich mal relativ gehypt von das Spiel gewesen Wir haben alle vier auch gespielt Und waren auch sehr positiv Von dem Gameplay Und ja, ist das komplette Spiel rausgekommen Und das Interface und alles rum und dran Richtig nice Ey, die haben, äh, Dings da Ähm, Wubi gefixt Die kann, wenn ich jetzt schieße Kann ich mir so schnell schießen Muss erstmal aufladen, bevor ich schießen darf Okay Und ähm Bei diesen, ähm Im Vermaßen wurde auch gefickt Man könnte früher einfach fliegen Quasi Ja Und ich spiel auch gar nicht mehr mit Controller Es ist einfach mit Controller zu spielen Ich meine, die hätten auch irgendwas an der Grafik geändert Grafik ein bisschen vielleicht Ja Auch die Anzeige von dem Ultimate und so Ja War ein Trophäer? Ja, hat schon schon Und lass halt nicht so schnell vorbeigehen Ja Ich glaube, sie zauern ein bisschen zu leise, glaube ich Muss ich gleich beim nächsten Mal konfigurieren Die Orte sind aber auch gleich geblieben Ja Ja, bisher schon Ja Ich dachte, alles ist anders Das war Der nicht kommt jetzt Ja, einfach nice Das war quasi eine Beta-Mann Aber erinnern die dich wieder Wie sieht eigentlich meine Ulti aus? Setz mal ein Einmal noch gleich Es gibt Es gibt Es gibt wirklich schwere Ungenschaften Okay Die Kampagne durchzuspielen Ohne einmal Schaden zu bekommen Ah, ne Ohne einmal Schaden zu bekommen Ohne einmal Schaden zu bekommen Ich kann noch kein Ich muss ein Kapitel schaffen, ohne Schaden zu bekommen, glaube ich Okay Also ich habe noch kein Schaden bekommen Ich muss ein Level schaffen Ich habe noch keinen Schaden bekommen, das ist gut Ich werde eh gleich Schaden bekommen, glaube ich Ja, ja Achte ich ehrlich gesagt auch nicht drauf Ungenschaften sind mir eigentlich egal Ungenschaften? Ne, bin ich Oh, ich bin getroffen worden Hey, bessere Soundtracks haben die reingemacht, endlich Nice Geil Ich wurde einfach versuchen Wurde zurück teleportiert So Ich habe noch mehr Hier soll ein kleiner Größerer Erleben Kleinerer Ja, der ist kleiner Kleinerer, größerer Die Musik geht da ab Ich habe bloß gar nichts gerechnet an der Einsprung, was eigentlich gleich ändern Alles So, hier war der Finish, nice Warte, kannst du mal stehen bleiben, muss kurz auf deine Einsprung was ändern Weil die Musik ist bisschen lauter als sonst Und die haben die XP auch geändert, dass man nicht so schnell levelt So Ja, ist gut Ist gut, Kalax Wow Oh ja Ich habe eine neue Attacke Ah, ja Die Emerald-Forest ist mit den Ruinen der älteren Königungen Ach, ich habe eine neue Attacke Vorher kannst du immer was anderes aufhören, komm was ich jetzt mache Kais Und ich finde den Kampf nur ein bisschen schwerer als davor Man schreckt es zurück, wenn man ähm Ähm Schießt Also mehr Also jetzt bei mir gerade Schreckt mehr zurück Oh, schießt das Oh, schießt das Oh. Oh. Oh, schießt es! Ich hab zwei! Ich hab Teamplayer noch dazu bekommen! Ich auch! Ich hab die Umschaft bekommen! Ja, triff ihn doch mal! Oui! Oder was? Ist vielleicht schon ein Aktefaktor oder so? Ich kann ja sagen, dass die jetzt den Sound total leise gemacht haben anstatt... Ja, irgendwie voll leise geworden, das Spiel! Liss, ich kann endlich ein Quagat! Oh, ein bisschen guten! Pass weiter! Oh, ja! Gibt es den Bug immer noch hier? Ach, hör auf mit dem Bug! Ja! Gibt es immer noch! Ich war immer noch auf der Wand oben drauf! Der Stein! Und ich war mal hier! War ich mal hier oben auf den Stein! Und auch hier oben auf den großen Stein! War ich drauf! In der Luft! Kommt jetzt auch so Musik, wenn du ein Trophy einsammelst? Ne, wenn du Level Up gehst, meine ich! Level Up? Ich will auch kein Level Up! Ja, ich war grad Level Up! Ja, such die! Ja, wieso? Ich bin nicht mehr Level 1! Hä? Das sieht so komisch aus auf einmal! Oh, guck mal! Ja, ja! Das ist eine bessere D im Balken und so! Ich bin jetzt eine halbe Meerefall! Ich bin jetzt eine halbe Meerefall! Also, ich spiel' gerade, ähm... Blake! Äh... Knicky gespielt Wubi! Ja! Blizz spielt... Weiß! Weiß! Und Redux spielt... Yank! 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 Ich steh' da oben! Ja, ja! Well Up! Level 2! Ich kriege den Aus... Upgraden jetzt! Einfach irgendwas! Komm, das hier! Äh, Hilfe! Wir weg! Okay! Hi! Komm, Ulti! Team Attack! Holy Shit! Mein Team Attack wurde auch geändert! Echt? Ja! Was cool ist draus gemacht? Also, jetzt mach' ich, ähm... Mehrere Kombis, sag' ich mal! Oh, was? Hab' ich auch eins? Oh, ich hab' auch'n neues! Ich drehe mich jetzt auch so, aber... Irgendwie mit noch einer Extra-Attacke! Ja, halt mehr! Sieht jetzt flüssiger aus, ne? Das Spiel läuft noch mal mit flüssiger jetzt! Ich hab' ihn nur noch auf Ultra! Und ja, ist flüssiger! Und ja! Und ja! Boom! Kann das sein, dass ich bei jedem Schlag Rosen jetzt verliere? Rosenverlierer, ja? Ja! Ich war die ganze Zeit Rosen! Ey, warte, fuck! Ich kann doch nicht angreifen! Jetzt! Welfe Komplett! Welfe Komplett! Ich hab' ihn nicht mehr leise gemacht! Kann das sein? Ja! Team ist leise! Ich hab' ihn einfach gar nichts mehr davon! Team Setup! Team Attack! Ah, die sehen so nice aus! Team Attack jetzt! Geh' ich sa' gut! Für dich! Ich hab' ihn gut! Relax! Was? Er ist Young! Für dich! Es ist irgendwie besser! ich finde sie besser als Black. Ich finde Black wirklich nice. Ja Black ist schneller als Young. Ja ja, mag schnell. Young macht glaube ich den meisten Schaden, und dann habe ich das gegessen. Ja. Oha, okay, das wird sehen. Seien seien geiler aus. Hast du gesehen, was war bei mir? Wir sind hier mit Tech. Ah scheiße, wir nehmen. Ey, wo ist denn hin? Mach mal, mach, mach mal. Boom. Das ist dein Team Attack. Für mich nein. Das war mit Trillax, ne? Äh, ja. Vielleicht wüsst du hier wieder gegner spawnen, wenn ich gleich stehe. Wenn das auch davor noch so war. Ja. Ah, ich liebe dir der Assist. Soll. Nice. Jetzt können wir auch, ich war hier in den Kills Clown. Deswegen ja. Jetzt wird das auch angezeigt, oder? Davor hat man eigentlich auch XP bekommen, eigentlich. Aber halt nicht 30, jeder hat da 30 schon bekommen. Ja, wir haben einen Team Attack. Ja. Wahrscheinlich gibt's auch. Jetzt war immer noch Map-Bugs. Wir müssen beschützen, ne? Äh, seh. Letzte Welle. Die Dates von Ruby hat auch gerade was angekündigt, dass das Spiel, äh, das ist der Tag, auf den alle Ruby-Fans gewartet haben. Ja. Ja. Auf Englisch. Hi. Da war's mal Untercombo. Aber ich bin nicht vom P-Mode. So müssen die Teams gegeneinander kämpfen. Weil, ich mein, auch mit dem Anime, hatten die Teams auch manchmal gegeneinander gekämpft, eigentlich. Weiß auch nicht. Haben wir nach Kampfen gesehen, zwischen mir. Ich gucke mir den heute nicht zu ändern, Alter. Heute noch? No, 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 no. Scheiße. Ich weiß, ich hab nen Skill, aber ich... Mach, mach, mach. Ja, weh. Äh, ich mein, keine Ahnung was. E. Okay. Das sieht bei dir auch ein bisschen anders aus. Kann das sein? Nein. Kaum doch gut. Also, alle sind Flamme geblieben, leider. Aber vielleicht haben sie nur bei denen gemacht, wo das Spiel mich scheiße auch sagt. Keine Ahnung. 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 Und noch weitere. Boah, nice. Team Attack Tag noch gemacht. Oh, ich bin alle ab. Ich auch. Nur schon Level 3? Man... Level 4? Ich bin Level 3 geworden gerade. Ich bin Level 3 geworden, Cheater. Teamwork 280, 107 Kills. 1,2,3 ist. Okay. Gut aus. Äh, lol. Direkt neues. Nächster. Ach. Man kann jetzt hier auch die Scale Points wieder zurücksetzen, ne? Bei wie Fund. Ah. Äh. Ich play, ne? Einfach play drücken wieder. Warte, warte, warte. Plicks ist noch nicht gespawnt. Plicks ist noch nicht gespawnt. Plicks hast du. Ich muss jetzt mal play drücken. Ja, muss jeder. Achso, okay. Das ist Chapters 2, jetzt. Wie viele Chapters gibt es noch mal? Was? Wie viele Chapters gibt es noch mal? Äh. 80, aber ne, es gibt jetzt glaube ich mehr. Es gibt glaube ich jetzt mehr. Wir haben neue dazu getragen. Okay. Mach ich da halt immer 2 Chapters pro Folge. 2 Chapters? Also 2 Chapters? Denk ich mal. Weil, ich guck mal Haack habe gerade jetzt 14 Minuten. Wir können die Folgen so 20, 25 Minuten halten. Mit? ichisce... Und dann wurde ihr. Eine für dich? Es kam hinter Carlos. Jetzt wurde ich fahrrad. Das hier geht nicht. Die einige African-사항. Ja. Ich kann hinter Carltoxer wären. zu fenken, also blá expected. Oder? Keine Ahnung, also mir fehlt nix gerade nix auf. Aber ich mache immer noch mal meine Explosionszonen. Der hat sich dreht. Okay. Mitten in der Ecke. Wie viele Spawn hier bitte? Von denen. Enemy down. We did it. We did it. We did it. Ich glaube da hinten ist ein Trophäner, oder? Ja. Nice. Nice. Artifact found. Noch mit mehr XP. Mir ist aufgefallen, dass wir jetzt nicht mehr die XP geteilt bekommen, die wir aus den Artifacten bekommen. Nicht mehr geteilt? Ja. Ich bekomme keine XP. Ach so. Also es ist immer der Artifact für sich einigen oder so. Einigen. Aber jeder kann es für sich einigen. Aber ich kann auch sein. Nee. Nee. Ups. Ich habe gesagt, nee. Ich aktiviere den mehr. Ich aktiviere den mehr. Ah, du machst es schon. Hehehe. Man kann das Spiel mit Controller oder auch mit Moe spielen. Controller ist halt besser. Ich spiele mit Controller. Einfach gehalten. Controller spiele dich. Danke. So. Ich werde dir eigentlich 4 Wellen schaffen. Das kommt jetzt hin richtig nice hier. Rave complete. Incoming. Incoming. Ich bin Level 4 geworden. Gleich. Ja. Ich bin Level 4. Wahrscheinlich hat kein Niki wieder Horstvorteil. Deswegen ist er Level 4. Wieso? Horstvorteil. Ja. Ich baue euch die Hitze. Es wird nicht später raus. Ja, weil ich habe gar niemanden getötet. Und ich habe mal keine XP bekommen. Auf einmal was du hatten bei mir neben mir. Ja, ich habe Schaden gemacht. Aber es wurde nicht so richtig angezeigt. Ich habe heute noch nicht die Hitze. Ich habe dann noch das. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Level 4. Ähm. Unfall. Ich bin da. Ich kann mich an die Ulti einsetzen. Ich kann mich an die Ulti einsetzen. Ich kann mir jetzt auch in der Level 15 steigen. Normal Weiß nicht Trilax schläft Trilax schläft glaube ich Aber er schläft Ne er schläft Ok Glaub ich auch mal zum Stehen Wer auch wer nicht ne Ich habe aber eben auch keine XP bekommen für einen Assist eigentlich Trilax schläft gerade Trilax ist down Ich helfe ihm mal Aber wie viele da sind Vor wohl lieber für Woni Ich bin wieder Oh ich bin auch tot Ich war auch tot Ach du scheiße man Komm Na fast wieder überlebt Ok nice Ich bin auch tot Neer Key Überleben Ok Du nicht Bei 4 Es ist echt schwer geworden irgendwie Man kann auch viel mehr Viel viel mehr Team Attack machen Wie ist das Kallex ist AFK man Ich mach halt ein Team Attack nach dem anderen irgendwie Lass ihn einfach stehen Lass ihn einfach stehn Lass ihn einfach recken Lass ihn einfach recken Oh Gott Hilfe Verliebe es Sehr schwach Voll ab Team Attack Team Attack Team Attack Team Attack Team Attack Da kann ein Team Attack nach dem anderen machen Ja weil ich links habe Ein Skill dafür Ach so nice Ich auch Verdammt Warte kann jeder bekommen Ich scale Ja ok Aber wir haben wahrscheinlich Freigeschalten Weil der gerade auf gar rumsteht Ich muss ihn halt beschütten Ich muss ihn halt beschütten Doch Du bist ein Betonsteaker Assist Willkommen Yo Der hat er zu geschreckt Das ist ein 2 Pass weimar und 入境 auf Pidu, leb dich. So, Knick, hilf dir mal. Boom. Skillpoints. Wir leben. Ja, genau am Ende. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Perfekt für ihn im Part Ende. Ja, perfekt. Ich hab 20 Minuten. Und, bis nächstes Mal.